Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe FIFA 19 Metze Paul League. Wir sind hier in der zweiten Liga. Mit dabei ist der Enig der Venedig steuert. Ich bin Fanggeber, der Linking City steuert. Ja, Linking City. Hier haben wir jetzt einen Sieg eingefahren, der sollte viel Selbstvertrauen bringen. Man gibt auch den beiden Spielern Vertrauen, die quasi den Umbruch mitgemacht haben für den Sieg. Einer davon hat ja auch ein Tor geschossen. Oder hat Green auch ins Geschossen, das weiß ich jetzt nicht. Green hat auch ins Geschossen. Okay, dann haben Baric. Das ist nicht, was andere war. Brett. Ah, okay. Nein, nein, nein. Das war zu viel. Oh. So, mein Carlton wird hier die gelbe Karte einfangen. Was ich noch immer به? Oh, Gott. Ich bekomme тоже ein generateer L Tomb, habe michzu. Es ist eine gewö Oh Ja, im Moment eher ein Mittelfeldgeblänke Oh, schön Boah Schön Fabiano kracht damals so rein Sein erster Saison treff Ja, da war das halt jetzt offen ein bisschen Ja, da war das halt jetzt offen ein bisschen Sehr auffällig hier im Spiel Boah, schöne Antwort Und er ist mit dem Assist Boom boom, dritte Liga-Treffer McCarton mit dem ersten Assist Ja, gegen Ende der Saison wird McCarton mehr auffälliger, finde ich Oder wie siehst du das? Mhm Hat glaube ich auch im letzten Spiel getroffen oder so? Ich glaube, ja Ja, das wird schön jetzt da die Kombination Ja, ist diese Vortie jetzt aufgelacht Genug abgetastet Genug abgetastet Oh Süß Ja, das isthai Süß 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 Ja, gute erste Herzen. Ja, Hohenbohen, der war Ausmachungssache, wo er spielen darf am Anfang. Entweder bei Exeter oder bei Linking City, Ending war so nicht und hat ihn mir gegeben. Ich hoffe, er bereut es jetzt nicht. Ja, ich glaube, Wuxi ist auch ganz gut ins Team gewachsen bei Exeter City. Ja, man bleibt aber so. Ja, ich auch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.